Ich hatte vor drei Wochen eine Situation in der Schule, wo es darum ging, ob ich meinen Job behalte. Der Vater des Kindes, den was ich betreue, er wollte nicht mehr, dass ich dort bin. Und wir hatten ein Gespräch mit Jugendamt, die Lehrer, und der Vater versuchte mich zu provozieren, wo es ging. Und ich habe wirklich die Augen zugemacht und habe gebetet, bitte Jesus, verschließe meinen Mund und lasse wirklich nur Worte des Heiligen Geistes rauskommen. Und am Ende ist es gewesen, dass das Jugendamt gesagt hat, dass ich bleibe. Der Vater konnte nichts mehr sagen. Ich habe abends dann Pater Jones das geschrieben, ich hatte ihn gebeten, für die Situation zu beten, und er schrieb mir einen Satz, kennst du Exodus 14, 14? Und ich habe es aufgeschlagen und er stand, der Herr kämpft für dich, du aber kannst ganz ruhig sein. Ich versuche es ganz ruhig zu machen. Wie gut, man könnte mich nicht sehen, aber ich bin diejenige, die vor ein paar Wochen die Diagnose krebsfrei bekommen hat. Und viele haben geglaubt, und ich vielleicht selber auch, also wenn der Krebs besiegt ist, dann geht es jetzt wirklich stark aufhören, und man hüpft und springt. Und plötzlich stelle ich fest, die Schmerzen werden mehr, und dann könnte man anfangen, mutlos zu werden und zu rebellieren. Und genau da hat Gott mir etwas beschämt. Frei zu werden. Frei von den körperlichen Dingen, sondern er ist. Er geht in die Tiefe, und zwar immer mehr, und zeigt mir meine Berufung. Ich habe vorher gar nicht genau gewusst, was meine Berufung ist, aber jetzt spüre ich sie ganz deutlich. Und zwar ist das tatsächlich die Verkündigung. Und zwar durch mein Leben, durch das, was ich erlebt habe, die Erfahrung mit ihm, dass man nicht frei ist, wenn man frei von Schmerzen oder von Krankheiten hat, sondern frei bin ich, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe. Ja, ich habe etwas erlebt, gleich ganz am Anfang. Und da hat jemand, der hat ja die Messe, wo es darum ging, ja, also ich sage einfach mal, was ich erlebt habe, da kam das Wort von dem Hunger. Und da hat mir der Herr gezeigt, dass die Lehre, die ich immer empfunden habe, die ich dann mit Nachrichten gefüllt habe, immer wieder nachgehört, viel zu viel als notwendig. Und der Herr hat mir gezeigt, dass es eigentlich ein Hunger nach seinem Wort ist, den er stillen möchte. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich habe ganz viel erlebt, schon, was mein ganzes Leben, ich sehne mich und strecke mich danach aus, nach dem Wort, auch, ja, wenn ihr den Kranken die Hände auflebt. Und wenn ihr, also dass wir größere Dinge noch tun kommen als Jesus. Und immer habe ich gedacht, mir ist nichts geschehen, war nicht mein Täuschen. Immer wieder ist was Neues aufgebrochen. Und heute habe ich ganz stark gespürt, dass es jetzt irgendwie aufbricht, dass wir wirklich die Macht haben, Wunder zu wirken mit Jesus und dem Jesus. Und das war ganz viel für mich. Ich merke, dass die Milch eine starke Begeisterung bereit macht, für das Reich Gottes und die Freude ist so groß, dass ich eine Leberarbeit, dass ich vom Heiligen Geist neu bewegt werde, dass die Bewährung im Herrn schneller vorangeht, wie ich das mit dem Verstand erpassen kann. Ich kann mit dem Verstand nur staunen, wie ich jeden Tag ganz neu geführt werde. Und auch heute die Worte, was der Papst hat, die die Bewährung einträgt, oder nach dem Hohmann, ja, dass ich alles so real bin, dass ich alles so wahr habe. Und ich löse immer mehr Bereicherung aus. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich der Wahrheit und meiner Wahrheit immer mehr nähern kann. Und dass es hier Menschen gibt, besonders in diesem Haus, in dieser Gemeinschaft und auch wir angewiesen, die mich so nehmen, wie ich bin, die mich nicht hinterfragen, die mich sein lassen, wie ich bin, sodass ich doch die Freude und Liebe empfinden kann, die ich nicht konnte, dass ich die Familie habe, die ich nicht hatte, in meinem Weg gehen kann, meine Wahrheit suchen kann. Alleluia, 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 Alleluia. Wir werden zusammen singen die Song von Mary als Symbol der gemeinsame Dankeschön für alle die wunderbaren Gäste, die der Lord hat uns gebt. Können wir arbeiten? Und dann bekommen wir die Blessung und conclude. Magnificat, die Song von Mary. Also wir singen jetzt den Lohnkreis Mariens noch als Danksame für alles, was wir empfangen haben und danach zusammen mit dem Schluss. Ich bitte euch dazu, aufzustehen. 475 44 1 stage 1 2 2 1 2 2 Musik Musik Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Before we receive the blessing, we have two more things you should do. One is to say the prayer of consecration to the sacred heart of Jesus. Before we receive the blessing, we have another thing to do. And we want to pray for the prayer of the Holy Spirit and the Holy Spirit and the Holy Spirit and the Holy Spirit. And we have another thing to pray for the Holy Spirit and the Holy Spirit and the Holy Spirit. The Holy Spirit instructs us to sing and to praise the Lord. So, each of us make our own song and we sing, raise our hands and praise the Lord. Hallelujah. Amen. ! Amen. 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 Segen in Heides, sei du und Stärke in Schwachheit und Unbeständigkeit, sei du die Sühne für alle Sünden unseres Lebens. Du Herz der Milde und Güte, sei unsere Zuflucht in der Stunde unseres Todes, sei unsere Rechtfertigung vor Gott. Wende ab von uns die Strafe seines gerechten Zornes. Herz der Liebe, auf dich setzen wir unser ganzes Vertrauen. Von unserer Großheit fürchten wir alles, aber von deiner Liebe hoffen wir alles. Tilge uns, was dir missfallen oder entgegen sein könnte. Deine Liebe präge sich so tief unseren Herzen ein, dass wir dich niemals vergessen, dass wir niemals von dir getritten werden können. Herr und Heiland, bei deiner ganzen Liebe bitten wir dich, lass unsere Namen tief eingeschrieben sein in deinem heiligsten Herzen. Unser Glück und unsere Ehre soll es sein, in deinem Dienst zu leben und zu sterben. Amen. Achtung. Amen. 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 Und der Heer von 19, Vater, der Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lord Jesus, you gave the Eucharist as a memorial of your passion and death. May we, who reverence the sacred mysteries of your body and love this evening, be preserved from every evil, and be led to the glorious day of meeting you in heaven. This prayer be made through Christ of our Lord. Amen. Let's pray. Let's pray. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gelobt und Angebetet sei unerendlich, Jesus Christus und Allerheiligstin, Altasapain. Amen.